Wann ist der Pokémon Tag? 23. Sonntag. Was? Achso, Box Break. Ja, pass auf, es ist ja Pokémon Tag, zum Spielen auf meinen Hintergrund. Dann ist Pokémon Kartentag, wo ich für alle Karten auch mache, und dann ist noch Fifa Release. Und eigentlich muss ich auch noch für Anna ein Auto kaufen. Ist egal, Fifa ist wichtiger, kann ich mit der Bahn fahren. Tja Leute, was soll ich sagen? Ich habe gesagt, die spielen nie wieder Fifa. Es heißt nicht mehr Fifa. So what? Und für den Fall der Fälle? Direkt Karriere Modus. Dreck! 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 Ich geh nur kurz rein. Dreck! Dreck! Ich freue mich aufs neue Fifa. Erstmal gucken, ob mein Karrieremodus die Eckfaden neu einstellen kann. Dreck! 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 Da warte, dass Fifa rauskommt und man direkt am Anfang enttäuscht wird. Dreck! Dreck! Jetzt muss ich jetzt mal voll abgefuckt. Jetzt muss nie das Papa warten bis der Code kommt bis halb eins. Dreck! Dreck! so, ich guck mal jetzt einmal kurz bei Spielzeit in den Hauptmenü lege deine Lippen achso, wow das ist nur wie viel man spielen darf wow weißt du wie bei TikTok, dass du sagst mein Sohn hat nur eine Stunde TikTok am Tag FIFA, was nehmen wir uns dieses Jahr als Ziel? wir können geile Karten machen ich find die Goldkarten sind voll jetzt nicht geworden die normalen dann, wir können die Grafik voll krass machen ne lasst uns ein scheiß Menü machen ja man, geil keine Zeitung was will ich jetzt machen? ich hab mir einen Vombecom Doku Tierdoku was? 36-0 knappes Ding Profi geht eigentlich gerade in Ordnung 2. Jungen habe ich gerade geschossen Uwe ist gelöscht Alter Junge, hier werden gerade Statistiken angezeigt hol mal Geo, Dreikon, Zirkel, Junge Mattaweid, 2. Stunde Ruhe und so hallo, ich spüß jetzt bin ich gespannt, wie ihr die Ecke reinbringt direkt ist etwa FIFA ich hab eh Krankenschein 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 das Beste was man jemals haben kann Er ist Ha-Ha-Ha-Ha-Ha ... Ja. Klemm. Grimaldo. Alter! Alter! Kommt noch was da hinter. Irgendwas was war zocken kann? Missy. Erster Info. Frimpong! 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 Schwrub! Schwrub! Ich hab Bauen! Ja. Ich hab Bauen. Schuss gemacht, steht leer vom Tor und schießt einfach am Verteidiger, der... Asja, ich muss nur 123 Tore, dann habe ich einen Jumbo, 100k weg. Jetzt nochmal anziehen. Asja, jetzt nochmal durchziehen, komm, wusch dich, Junge. Geht's dir gut, Torwart? Ja, mach. Rein da, komm. Deutschland, Tor ist eine Frau, oder? Nee, Tor, wenn da Tor steht, ist es Frau. Hey, hey, oh, fast erster Wargaard. Komm, bitte was dahinter, was du zocken kannst, komm. Aber Shadowhunter gut. Schöne und Hande ist gut, ey, und erst mal 85 sind. Komm, bitte, 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 bitte. Komm, Asja, du musst jetzt mehr. Kimmich, komm. Komm, Kimmich, komm, Kimmich. Lukas, f*** dich, Lukas, f*** dich. Ey, ich war knapp, denk dran. Äh, egal. Komm, noch was dahinter, komm, sag, aber ist kein Double Wargaard, sonst wäre es angezeigt. Komm, 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 komm. Malakia ist gut. Sako ist gut. Stark, Asja. Was? 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 Ich verwahr nie läuft, diese ganzen, äh, Tour-Animationen. Picks, und dann denkst du dich, boah, wie geil, ehren, weil Lukas hat ja zwölf Picks aufhört, und dann sind das alles so scheiß Picks, wo man nur irgendwelche Farben klingt. Einen crieck, Welch-t, Ich wovere, natürlich? Outro